Okay, Räuberleiter! Sam? Willst du sagen, ich bin fett? Danke auch, Sam. Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Hm. So, Sam. Eine Idee? Keine Idee, Sam. Die nützlich wäre. Also, ich will jetzt ganz sicherlich nicht einfach hochspringen. Ah, ich habe eine Idee. Ah, das kriegen wir locker hin. Oh. Ach, das war unglaublich. Hoffentlich hält's. Hoffentlich war das kein Fehler. Ja. Ich steh mir auf den anderen Weg. Wollte ich gerade sagen. Ich will meine Hände nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdreht. Ach, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Warte, ich helfe dir hoch. Danke, großer Bruder. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause. Mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Na ja, schon? Ganz genau. Ganz genau. Jeder will einen. Na los. Mensch. Wir nähern uns, Rafe. Ich weiß. No. Ich weiß. Ja, hafen sie ihn. Oh. Hoffentlich, hoffentlich. Hey, äh, Vorsicht. Könnte nach der Explosion instabil sein. Söldner, aber Rafe weiß es eigentlich besser. Aber es ist ja Partner, oder nicht? Ja, hilf mir mal. Äh, was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Geronimo! No! Oh! 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 Komm hoch hier. Wirken die auf dich stabil? Stabil genug. Naja. Keine Ahnung. Ich hab's hinbekommen. Das zählt. Oh Mist. Weißt du noch? Super, vorsichtig. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Sam. Das schauen wir uns kurz mal an. Äh, Death Traps. Überall. Prophet Death Trap. Death Trap. Hm, alles klar. Okay. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Macht dir keine Sorgen. Gut. Ich lass für euch das Licht haben. Okay. Ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. So, wir sind direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Komm, hier durch. Zum Glück hab ich nur leicht gefrühstückt. Duselige Dismos-Staturen? Na klar. Steinstufen, na klar. Wesentlich glaub, wir sind in einer Piratenhöhle. Was sonst? Ist das eine Tür? Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na, na dann, dann zieh mal dran. Was? Und wenn's eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Äh, ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehm an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das, das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two. Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Two's Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Zum Glück. Die Brücke wird so sicher wie die anderen. Oh, fuck. Irgendein letzte Worte. Jo. Ähm, wir speichern einfach mal. Kurzerhand. Und bänden dann auch schon diese Aufnahmesession. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das war sehr spaßig. Und ich freue mich auch schon auf die, äh, nächsten Teile. Und, äh, Wurde dann, ähm, Wurde das mal jetzt erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Äh, abonniert, kommentiert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken, wie ihr wollt. Könnt mich auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr wollt. Durch diese Sachen. Ja, oder auch nur eins dieser Sachen, oder alle diese Sachen, wie ihr wollt. Und, ähm, ja. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Eigentlich. Das laber ich eigentlich.